Guten Morgen, also heute werde ich euch meine Morgenroutine zeigen. Ihr seht ja eh sofort, wie verschlafen ich ausschaue. Seid ihr eigentlich frühaufsteher oder nicht? Ich bin definitiv keine Frühaufsteherin. Als erstes geht es ins Badezimmer, wo ich mir ein entspannendes Bad gönnen werde. Mit schönen Kerzen und enterischen Ölen. Und dann noch mein Lieblingshaarshampoo. Und danach werde ich mir einen Tee gönnen. Einen Früchtetee mache ich mir meistens. Okay, schauen wir mal, wie das Wetter heute ist. Ah, ich hasse Regen. Aber das Tolle ist, wenn es also draußen regnet, man kann sich gemütlich eine schöne DVD anschauen. Nachdem ich meinen Tee getrunken habe und ein bisschen Fernsehen geschaut habe, mache ich mir natürlich mein Mittagessen. Und was gibt es da Besseres wie Pfannkuchen mit Blaubeeren und ganz, ganz viel Maple Syrup. Also, so mache ich jetzt meinen Frühstückssmoothie mit ganz viel Sahne auch noch. Ach, das ist so lecker. Was isst ihr eigentlich immer zum Frühstück? Und ja, so starte ich quasi meinen Morgen. Also mit einem Bad und einem leckeren Frühstück und Tee. Was ich auch noch sagen wollte, das ganze Video wird jetzt voller Morgenroutinen sein. Ich hoffe, euch gefällt sowas. Und ja, jetzt zeige ich euch von ganz vielen anderen Tokoboka-Leuten, also wie ihre Morgenroutine ist. Wir sehen uns und bitte gebt mir also Bescheid, ob euch sowas gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018